Auch der Großglockner im Nationalpark Hohe Tauern liegt unter den Schwingen des Adlers. In der Osttiroler Gemeinde Kals, am Fuße des höchsten Berges Österreichs, startet die Etappe O08. Es handelt sich um einen Rundweg, der über mehrere Hütten führt. Zeit ist hier ein wesentlicher Faktor, denn langsame Wanderer brauchen für die Runde bis zu zwölf Stunden. Wir haben nicht nur sehr viele Adler im Nationalpark, sondern es führt ja auch dieser sehr bekannte Adlerweg unmittelbar durch den Nationalpark Hohe Tauern. Eine sehr, sehr schöne Etappe führt vom Lucknerhaus bis zur Lucknerhütte. Das ist ein Forstweg, den man so leicht ansteigend bewältigen kann. Von der Lucknerhütte dann rauf zur Stüdelhütte geht man doch rauf auf eine Höhe von 2800 Metern. So hoch liegt die Stüdelhütte. Da geht es über die sogenannten Viehböden rauf und darauf ändert sich die Landschaft doch schon deutlich. Also man kommt aus dieser Almregion raus und kommt durchaus schon in ein alpines Gebiet. Die Hütte war mit ein Wegbereiter für den Bau hochalpiner Schutzhütten. Traditioneller Platz, historischer einzigartiger Platz, die Stüdelhütte mit einem Bauer, der sehr weit in Europa gewirkt hat, der Johann Stüdel. Und der Großglockner natürlich als spezieller Punkt in Österreich, da in der Nähe arbeiten zu dürfen, glaube ich, ist eine Ehre für uns. Wir versuchen es auch zu schätzen, als einheimische Leute das auch zu erkennen, dass es auch einfach etwas Besonderes ist. Und das taugt uns. Und deswegen bin ich eigentlich ganz gerne da oben. Und deswegen bin ich eigentlich ganz gerne da oben.